Gut, Oskar Wahrscheinlich war meine KD eben viel zu gut Deswegen Musste ich jetzt erst mal Ach, jetzt ist der Ateler schon besetzt, oder was? Oh, scheiße Ach nee, bist du ja wieder drin Jetzt ist das Gott nicht mehr zumal Ist jetzt Fahrer keiner, oder was? Der Server hat sich auch ganz schön geleert 38 Leute So, ich glaube, wir sollten dann gleich mal losfahren Ich hab ja keinen Fahrer von drin Ich bin jetzt aber nicht auf dem Fahrersitz gelandet Warte mal noch kurz bitte mit dem Losfahren Ich bin noch drei So, alle, sie einsteigen Ach, Schaadt! Ah, ist drin Voll Er surft da oben drauf, oder was? Ja, Mann, vollen Lkw hier, oder was? Was hat denn der für eine Glühbirne? Das ist wohl die Leuchtpistole, oder was? Die sind quasi schon überladen Ja, das ist halt Wenn Laut Spezifikation von der Lkw nicht mehr zugelassen sind Dann Kannst halt nicht mehr mitnehmen Ist ja nicht so, dass man hier noch in die Mitte Leute auf den Boden setzen könnte Rechts und links an die Türen Wie bei Heroes and Generals Ja, da Was ist jetzt hier denn für ein Quatsch? Hat er jetzt erwartet, dass der übelste, der übelste Jubel ausbricht? Was ist da aus? Ist fällt in die Flakgruben geworden OP, steht Hier schießt jemand auf der Lkw, habe ich das Gefühl Ach, ne, oben vom Lkw wird er mal runtergeschossen Ich bin ja nicht gefahren jetzt Sonst wäre ich hier voll in den Graben reingefahren Ja, aber es gab doch Leute, die sind da jetzt einfach vorher ausgestiegen Ja, naja, also Der Spot Leader muss ja an OP setzen Aber dafür brauchen wir ja die anderen nicht Nö, ich brauche es auch nicht Bist du da oben noch im Hardcap-Boot? Ja, süß Ja, süß Die ist da hinten fein Wir hatten hier reingedownert Das sind die Zustandgranaten Da rastet er voll auf Oh, Alter Im Grunde nur sicher gehen, dass die Feinden hier weg sind Oh, das scheint Das scheint geklappt zu haben Alter, ihr könntest ja da irgendwo irgendwo ein Dings hinbauen oder was Da unten fährt Lkw, der Blitz Mach mal hin Ja, kriegen wir Ey, was ist mit dem hier eigentlich? Was denn? Wer da rumliegt? Oh Gott Der hat uns auch ignoriert Bis ich ihm das Messer in den Rücken gesteckt hab Ach komm, Alter Du kannst ja echt nicht viel da drum herum bauen Ich verarsche, da sitzen noch andere hier Ah, toll Na gut Jetzt sind da drüben auch nur noch Sehr wenig Leute Das heißt, wir setzen uns jetzt anderthalb Stunden in den mittleren Punkt und warten, dass was passiert Nein, auf zum glorreichen Sieg Was war denn das? Links von uns ballert es irgendwie, Robert Was soll man machen? Warum zappelt denn der so? Das ist ja eine komische Knarre Besoffen oder was? Oder vielleicht ist er nicht besoffen Das ist das Problem Ich wollte es gerade sagen, gerade weil er nicht besoffen ist Hallo Holika Wenn es Supplier, der immer ein Bier geben kann Jetzt sind es unter 30 Muss mir auch egal Ach, dann laufen wir jetzt einfach durch und dann gehen wir auch vom Sahel her Wir waren ja schon am Cappen Wir machen ja auch 18, 17 gegen 9 Jetzt kommt Was kommt? Jetzt kommen die Leute hier einmal zurück Ja, aber macht es denn Sinn? Um die Uhrzeit wird doch der Server sowieso nicht mehr voller, oder? Ne Also lass uns doch die Runde noch beenden Die Punkte mitnehmen und dann alle ins Bett gehen Also Wie gesagt, es macht jetzt auch keinen Sinn Sich anderthalb Stunden in den mittleren Punkt zu sitzen Alter, du hast recht Die Zitanialle übelst Was ist denn mit den Typen los? Autsch Wenn das Pervidin mal wieder ballert, ne? Hahaha Das ist ja heftig, Alter Ich hab ja so, dass da nichts was... Komm mal da weg Oh Was macht der denn hier? Ich stand halt im Weg Wie es euch schon wieder gegenseitig hat, oder was? Der kann froh sein, dass er nicht tot ist Das war eigentlich mein Ziel Warte, den hast du da angeschaut, die Discussion, oder was? Ja Wir spielen hier gegen neun Leute Und er tut da so, als müssten wir hier Ja, es werden aber auch immer weniger bei uns Also Wie gesagt, der Server wird halt aussterben Deswegen macht es auch keinen Sinn Jetzt halt das Ding nicht zu Ende zu spielen Ja, aber es diskutiert auch auch gleich, ne? Ich denke, die Squadleiter Das diskutieren Nee, ja, irgendeiner Ach, wenn jetzt was jetzt Ich scheine mal ja nicht Einer hat sich beschwert und hat gesagt Und irgendein anderer hat irgendwas in seinem Bad gemurmelt Und mir ist es egal Ich gehe jetzt da nach vorne und mache das Ding durch Und wo schießt ihr? Ja Irgendwie weiß auch nicht von wo Also irgendwie vor mir, aber Da Da fliegt er Da fliegt der Nächste Noch nicht Neueuropä Steht Müssen wir eigentlich über den Fluss rüber Da können wir von unserer Seite auch cappen Weiß ich nicht Ah, da ist ein kleiner Rand an der Brücke da Die Brücke, über die ich neulich versucht habe rüberzufahren Hat sich rausgestellt, der LKW ist einfach zu dick Hast du gerade einmal erschossen, Robert? Ne, der lag halt einfach schon da Verschleck nicht, geht jetzt rüber Naja, klar Vielleicht gehe ich mal nicht da rüber Da sind sie In euch nochmal treiben Aber wir verlieren den letzten Punkt wieder Was? Ja, wir müssen ja mal ein bisschen Wir müssen das Cap Race gewinnen hier Mach mal hier drüben ne OP irgendwie 48 Sekunden Die sind da drüben auf der anderen Flussseite direkt an der Brücke gespawnt Rechts davon Da war gerade eben einer Oh, jetzt nicht mehr Einfach mit der Bar weggesnipet Also da steht ein OP, hundertprozentig Ja, vielleicht auch noch gar nicht Granaten fliegen nicht bis da rüber, oder? Naja, auch noch Neue OP steht auf der Gegnerseite Auf der anderen Flussseite Doch, die Granate fliegt bis da rüber Ach jo, Nervalt Von wo? Ach komm schon, Junge Ich habe einen Außenposten zerstört jetzt Oh, du hast ja einen neuen Gesetzbarn Dann können wir ja reinspawnen wieder Wie viele Gegner haben wir noch? Immer noch neun Die halten sich aber hartnäckig Wir werden immer weniger Ja, die haben ja auch zu tun Der Rest von unserem Team, der weiß ich nicht Naja komm, wer da jetzt noch an den Flak rumballert hat Aber auch aktiv zu viel Lebenszeit Wie der da rein investieren kann Ach, wir sind tatsächlich auf der anderen Flussseite Das ist ja interessant Und bis hier drüben rüber einfach Bei jedem Fahrzeug Äh, Panzer von Ping Panzer, hat da jemand was dagegen? Haben die ja so einen Lack gesoffen Da steht da jetzt einfach der Panzer Naja, Panzer, was denn? Okay, er stand auf der Panzer Ja, hat sich ausgepanzert Oh, fuck Oh, ich hab den da drüben nicht erwischt mit der Thompson Das gibt's doch nicht Ach, fick dich, Alter Da guck ich gerade da raus Ja, genau den meine ich Siehst du, wie schön ist die Platte Ja, jetzt kann der Dockscourt mal ein bisschen Von Westen drücken Wir greifen von Norden an Und dann Hört es doch hier Ach, der lebt noch hier in dem Graben Och Der lebt da in dem Graben Nervig Ist da eingerichtet Wettchen aufgebaut Gleiches Feuer gemacht Der Fakt ist, er war eine Horizontalen Also in der Richtung ist irgendwie einer Der fies auf mich geschossen hat Was? Ja, 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 ja Find das nicht gut Der schießt doch immer noch Geht's noch Äh Was weiß ich, wo der Typ ist Keine Ahnung Ja, man hat Granaten für sowas Ja Warte mal nicht mehr Das heißt Moks Alter Trifft mich aber gut Oh, das war's schon Ich wollte ihn gerade erschießen Yay Das hat sich erfolgt Oh Mann Der Wahnsinn Naja, gut, aber jetzt ist es rum Ich glaube, jetzt stirbt er selber wirklich komplett Ja, aber ist auch okay Also ich meine Naja Halb zwölf ist okay Gute Zeit Ja Genau so, wie es sein muss Ja 200 Punkte sind 200 Punkte Das sind die Punktzahlen Das ist schon gut Genau so, wie es sein muss Ich glaube, jetzt ist es so gut Ich glaube, jetzt ist es so gut